Hallo, ich bin Arthur Fleck und das ist Jackass. Schau wieder gestanden! Nein! Ganz normal. Ja, Ghostwander, hallo. Komm wir spielen ein bisschen. Auto wegschießen. Nein! Schon 17. Gib mir mal ein Fahrzeug bitte. Du Alamata, du! Du Alamata! Gib mir jetzt, gib mir jetzt ein Fahrzeug. Nein, nicht wie der Opelko ist, Sarah. Nicht Citroën, Sarah. Bitte nicht. Nein, ich schon wegschleunen. Nein, bitte nicht. Nein! Das war, das war crazy. Also, du musst mich jetzt nochmals ran über diese Schanze und dann machen wir mal mit der Hochpipe auch noch. So. Nochmal, Sarah. Jetzt einfach ich im Auto. So. Und jetzt muss mich ran wieder. Los geht's! Du hast mich runtergeworfen. Loll. Ich krugel. Aber ich wich ja genau auch mit dem ganzen Gewicht auf dich drauf. Ja. Also, jetzt machen wir das gleiche mit der Halfpipe da. Super. Und dann machen wir noch mit der Brücke, die hier rechts ist. Loll. Ja, mein Auto ist sehr kaputt. Ich brauch ein bisschen einige Zeit, bis ich wieder oben bei der Halfpipe bin. Aber, ja. Währenddessen, ja. Ich hab mich jetzt ein bisschen als Joker verkleidet. Weil ich dachte einfach, ich muss ja irgendwie kostümiert sein bei diesen Crashs. Oder? Ähm. Ja, und deshalb, ja, sehe ich's so hoffentlich gut wie möglich aus. Also, wir müssen jetzt hier in diesen Park kommen. Aber hier ist überall versperrt. Ah, hier geht's runter. Schön. Ich glaub, das Auto explodiert sofort. Ja, genau. Du bist durch mich durchgefallen. Du musst so schräg kommen, sonst kannst du mich nicht treffen. Also, wie jetzt genau? Oder hier. Hier drüber. Über die Kleine. Nein, auf die Große. Also, von hier hinten, hinter. Ja. Von Klohäuschen, genau. Von Klohäuschen. Von Klohäuschen. Geh doch auf die kleine Rampe. Geh doch auf die kleine Rampe. Und ich rambe mich dann so weg. Ja. Die Große ist halt einfach zu nahe. Als ob dein Auto schon kaputt ist. Ja, ey. Es raucht schon. Bereit? Drei, zwei, eins. Und hopp. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär gewesen. Aber auch cool. Aber es war schon spektakulär gewesen, muss ich sagen. So, aber ich muss jetzt über die Brücke gehen. Also, kannst du bitte mir ein neues Auto geben? Aber eins, das ein bisschen mehr aushält. Gib mir einen Taco Truck, wenn's geht. Da ist ein Adder. Das ist ja sowas, aber das Auto wieder fängt. Wo ist das Adder, Adder? Da. Da ist Adder. Ja. Wo ist das... Wo ist die Adder? Wo ist der Adder? Wo ist... Wo ist die Adder? Lul. Jetzt muss ich natürlich wieder die Treppe raus, weil Rockstar da einfach ein paar... Ja, Ausfahrmöglichkeiten. Ja, es geht nicht mehr hoch. Äh... Lass uns mal einsteigen bei dir. Und dann teleportieren. Sonst verlieren wir da mehr zu viel Zeit während dem Videodreh. Wenn wir dich zum Vorbereiten... Nein! 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 Jetzt brauchst du länger stoppen. Es geht auf die Eier. Komm, Neil. Hol mich hier ab. Sag mal, ich hab's... Aber ich bin einfach zu fett mit der Wagen, Alter. Ja. Nein, nicht wieder am... Oh, nicht wieder wegschlemmen. Äh... Also du musst jetzt hier runter. So. Wo? Da? Und ich muss so irgendwie nicht auf dieser Brücke... Ne, ich muss auch mal kurz eine andere Brücke, die ein bisschen breit ist. Gar fährt nach vorne. Jetzt muss hier links oder hier rechts. Ja genau, über diese Brücke am besten. Oder auf diese Rechte. Die hier. Ja, die sind so zu wenig. Ja, die. Und ich muss irgendwo hier bleiben. Genau, auf der anderen Brücke. Ja. Da hab ich gut ausstecken. Also ich... Ich warte auf diese Brücke und du kommst von der anderen Brücke. Genau. Genau, ich bring... Genau, ich bring ja auch beide rüber. Pass auf, so, zack. So. Ja eben, aber du kommst von der anderen Brücke und rampst mich her auf der Brücke. Na ihr. Ihr seid stark. Ich bin stark. Wir sind Checkers. Hm. Perfekt. Das erste Mal geklappt. Ja. So. Dann haben wir noch ein... Eine Chance. Oh, wow, das hat weh. Oh, sorry. Oh, das macht noch mehr weh. Mann ey. Mann, 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 Mann. Alles ist ungeschnitten. Live und lustig. Nenn ich da einfach ungeschnitten, alter. Ungeschnitten. Aber die gibt's ja schon im Kanal. Ah, hab ich... Aber die gibt's ja schon im Kanal. Ah, hab ich... Hab ich jetzt... Jetzt musst du einfach mal kurz austesten, wie weit du fliegst und dann muss ich mich dorthin stellen. Ich flieg bis... Bis... Ja, kommt drauf an, wie lange... Also, wie... Also, wenn ich jetzt von hier... Ah! Wenn ich jetzt von hier anaufnehme, dann flieg bis Flugplatz. Glaub ich. Ja, ich flieg bis... Bis Flugplatz. Bis zum Flugplatz. Okay, dann stell ich mich dorthin. Und du kommst so mega schnell. Warte. Geflogen. Hier, steig ein. Steig ein. Oder ich. Fahr dich hin. Oh, da kletter ich hin. Kletter hin. Kletter hin. Aua. 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 Ah, Mann. Dieser armer Joker. Er muss immer sterben. Okay. Ich stell mich jetzt hier. Okay, bereit? Wenn das klappt. Wenn das klappt, ja. Wenn das klappt, ja. Wenn das klappt, ja. Wenn das klappt, ja. Dann ist... Dann werde ich crazy. Ja, ja, ja. Es klappt! Es klappt! Nein! Ah, du hast mich getroffen. Ich weiß gar nicht, dass du so mega rechts framst. Okay, bereit? Ja, ich liebe Checkers. Ja. Ja. Okay, es ist natürlich umso lustiger. Wenn ich... Ja, okay. Lass mich... Och, Mann, ey. Was? Ah, nee. Nochmal, nochmal. Ich muss mal kurz reparieren, Alter. Der ist... Aber ich kann im Arsch. Ja. Könntest mich reparieren, wenn du mich getroffen hättest. Das geht nicht. Das ist, äh... Ich bin so... Digga, was komme ich denn noch nicht mehr hin, Alter? Was ist das für ein Druck? Ja. Du bist einfach zu schnell, geht ja wenig, dass du so weit springen kannst. Ja, dann können wir da am Flughafen das auch machen, dann steige ich einfach bei dir ein. Ja, wir müssen am Flughafen machen. Das ist die Kamera. Next game. Okay. Dann machen wir das am Flughafen. Next game will ich mir. Schleiß geht ja ab. Und das ist hier. So. So. Zusammen gamen wir jetzt die Kette Schwanze. Aha! Und das sieht dann ungefähr so aus, wie ich dann fahre. Ja, dann schauen wir den Spur. Ja. Bisschen aus verloren. Bisschen Gewicht verloren. Bisschen Gewicht verloren. Da gibt es ja noch eine andere, zwei andere Chancen. So. Da auch drüber. Ist ein bisschen schräg. Ja. Oh ja. Auf diese Leuchtding. Schade. Und die andere auch noch. Yeh heh heh heh. Hehehe. Undemos jetzt hier an der muß FLYING! FLYING! To... LOL! Wir haben auf Autobahn gelandet. Auf der Konten. Wir haben die Konten getrunken. Die haben wir natürlich auch noch hier. Die haben wir schon gemacht. Das war die zweite. Die haben die zweite. Das ist die zweite. Die zweite kommt jetzt in Chance. Jetzt einpacken. Perfekt. 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 Oh ja. Oh ja. Perfekt eingeparkt würde ich sagen, oder? Perfekt. So. Am Flughafen direkt gibt es glaube ich nicht so Chancen. Genau. Die Chancen hier noch. Da den Berg hoch. So. Wiegel hoch. Bitte. Jetzt mal schauen wo wir landen. Und dann machst du wieder ein Fahrzeug. Sicher wieder ein Fahrzeug. Okay. Ungefähr dort. Ungefähr genau hier. Okay. Dann spawnen wir wieder etwas. Spawnen wir den Monster Truck. Oder eben den Taco Truck. Wow. Ich fliege raus. Hast du gesehen? Wie weit? Ah, warte. Sorry. Ist das falsch geworden? Ja, hab ich doch gesagt, falsch geworden. Warte. Warte. Hier. Da hast du. Ich bin echt auf der Seite. Oh, Limousine. Oh. Aua. Manual Leiter. So. Jetzt muss ich auch nicht schauen. So schauen wir zu dem. Ich muss erstmal da hochkommen. Ich hab schon wieder so low life, dass ich blinke. Naja. Ja, geht ihr auch mal machen hier, oder? Wie kommen wir am besten dort hoch? Nein. Rechts. Ja, ich will doch wieder hoch, wo wir gelandet sind. Da vorne? Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich dann wieder lande, oder? Ja, aber die Limousine ist bei, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit als mit dem kleinen, äh, was du da gespawnt hast, äther. Ach, Junge, jetzt stehen die drei Milliarden Autos, Alter, die mir alle auf den Sack gehen. Ja. Alle weg. Weg. Mit der Gravitikern weg. Verpisst euch jetzt hier alle, Alter. Ne, du verpisst dich jetzt hier auch. Scheiß, Alter. Unsack. Bereit? Ja. Ja. Let's go. Äh, äh, zu weit, nein, zu weit. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück! Äh, nein, zu weit. Schade. Aber ich bin natürlich schnell wieder da von hinten. Das ist guter Mod-Mod-Mod hast du immer. Sehr schnell. Rückfahrtsmöglichkeiten. Gehst du schon wieder zu weit? Kann ich schon mehr sagen? Ja. Einfach nur schnell durchlaufen. Einfach nur schnell durchlaufen. Einfach nur schnell durchlaufen. Oh. Kann ich schon vergessen. Jo, jetzt? Jetzt? Ah, zu weit. Langsam, oder? Zu langsam. Schade. Nicht schade. Nein. Langsam. Los. Los. Go straight for the head. Maaan! Kann das schon wieder wahrstellen. Äh! Ja, das ist random. Wenn du ein bisschen falsch fährst, hast du schon mega weit. Oh, jetzt. Fahr Feuer, fahr, fahr, fahr ab! Ich kann, ja, ich kann nicht. Ja, boah, ist das krass gewesen. Okay, nächste Schanz. Nächste, nächste, nächste. Ich geh in die Schanzen langsam aus. Hm. Diese Schanze da am Ding, ähm, da die verpackt ist. Die würde ich vielleicht noch gern. Ah. Da. Diese Schanze da. Wo war ich für ein Haus? Da, links. Ja, hier gerade. Da ist die Schanze. Da haben wir gesehen. Links, links. Links, vorne. Und jetzt hier über dieses Haus. Ach, die. Ja. Genau. Wo landest du? Okay. Jetzt bauen wir eher ein Fahrzeug. Also, wenn du jetzt hier mit dem Fahrzeug rüberfahren willst, ist das so langweilig. Nein, dass du nicht rammst. Du musst irgendwie schaffen, noch ein bisschen mehr Tempo zu bekommen. Sonst ist die nämlich da. Ja, fliege aber weiter, ne? Komm, wir fahren einfach mit Höchstgeschwindigkeit noch ein bisschen noch über die Bergkette dort. Ja, ist halt einfach, du kannst es nicht so machen, wie du es zum Essen mal gemacht hast. Das ist immer anders. Ja. Da geht ja halt nie wirklich, weil ich auch sehe, der Schaden beim Auto verändert und dann triffst du auch anders auf und dann hast du dich gesehen und du hast dich hier gesehen. Ja, kannst du nicht wieder machen, oder? Ja, also dann fahren wir ein bisschen über die Bergkette hier vorne. Perfekt. Kannst mich ja gleich noch töten. Ja. Boah. Ja. Jetzt muss ich um einmal ums Auto, weil das Falsch spawnen kann. Jetzt einfach hier über die Bergkette ein bisschen düsen mit Höchsttempo. So. Was? Also wie soll ich das machen jetzt? So? Wobei es witzig ist, weil du mit Höchsttempo mega herumflüpfst. Ja, genau. Zum Beispiel so. Ja. Pass auf, jetzt hier. Zack, 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 zack. Alli, allah! Ohaㅎ, ja. Ohaah, Jaja. Oha, OH! Was! Ohș Roman! Ui. Alter, ist das scheiße! Was häftig, ja... Sooooja, indicated. Ey, jetzt liebel scheiße. Hahaha. Hu farf έoth engineering. Schlecht simuliert. Wir können aber alles scheiße machen. Wir können aber nicht machen. Richtige 개막-Boys ja. Dieser Kackberg, ist ein Schadenspielauf, das ist nicht schnell genug. Okay, sind wir eigentlich scheiße im Kopf, Alter? Was können wir eigentlich? Wir können ja scheiße machen. Wir können scheiße wählen. Zack, hier oben drauf. Ah, war ja klar. Ah, war ja klar. Ah, war ja klar. Hier ist doch irgendwo noch eine Chance, aber ich weiß nicht, wo... Irgendwo... Alles Kackschunzen hier, Alter. Oh, guck, guck, so schönes Schuss mit ihm. Scheiße, Drecke. Ja, perfekt. Oh. Jetzt gibt's Sprudel... Sprudel-Kocker. Nooo, nooo. Komm, wir schrotten noch ein bisschen den Fukaha Rotorock. Duel. Genau, wir legen uns mit dem... mit dem Ding zu. Oh, ein Wilhelm Scream. So. Oh... Nein, nicht etwa. Der ist sowieso auf dem Sack bei der Karre, ne? Na, guck mal, hier war... aber hier ist aber auch eine Chance. Auch wenn die ein bisschen verpackt ist, aber... Ja. Aber die wurden gefallen, bis die ein bisschen verpackt. Alles ist Bock. Alles, was nicht erklärlich ist, ist so. Wow. Spektakulär. Waren wir hier links irgendwo den überlegen Kanal hoch. Hier rechts, ja. Ein links und rechts. Rechts ist ein bisschen besser, weil es nichts mehr ist. Ja, dann schön linksen kannst. Genau, hier rüber. Oh... Irrenweg hoch, ja. Oh... Na ja, beim Weinwut-Schild hoch nochmal. So. Über das Weinwut-Schild rüber. Durchs oder rüber? Ja, wir sind hoch. Ich weiss, wie schwer das ist. Aber es klappt. Perfekt. Egal, Alter. War zwar knappe Kiste, aber... Geht. Geht immer. Und kommen wir jetzt mal hin? Ah ja, genau. Hier diese Strecke im Bau. Im Tage... Also im... Einfach mal einmal mit Höchstgeschwindigkeit bei dieser Strecke durch. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Du bist gestorben? Weiss nicht warum. Ja, wahrscheinlich weil du, äh, mich, äh... Dein Wundervoll bist, wo wahrscheinlich gerade eine unsichtbare Wand war oder so. Also einfach diese Dreckschwindigkeit ein bisschen herumfahren mit Höchstgeschwindigkeit. Ja, okay. Geht. Ich hatte richtig vergessen, Alter. Geht direkt um der Scheißwagen. Ja. Ja. Einfach weitermachen. Auf die große Chance. Oh, der. Kleine. Oh, Buckelpüste. Ja, perfekt. Ah, geil. Oh, stell dich mal hin. Dann machst du so... Hier? Ja, dann machst du so eine Reportage. Heute machen wir mal ein paar Sonsten. Heute machen wir Dreck. Wir bauen Dreck im Spiel. Wir budden im Dreck. Wir kommen bei Check-Hack. 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 Fahrt 100.000. Versuch. Ein Milliarde. Wir haben noch einen Kopf in deinem Truck drinnen. Und so. Geilste Aufnahme ever. Jetzt kommst du von vorne, genau. Ja. Nicht ganz, aber fast. Jetzt vorwärts. Gib Gummi. Ich glaub, der Truck explodiert bald. Ui. Bisschen durch den Kopf angehauen. So. Kannst du den Bagger ein bisschen schneller machen? Dann fahr mal einer der Bagger, die hier spawnen. Bagger. Wo ist der Spawnpunkt der Bagger? Hier vorne, ja. Ich brauch'n Bagger. Ja, ich hab' wusste nicht, wo ich genau auf der Baustelle bin. Dann, äh, rammst du... Oh, ich bin nicht gestorben. Ich wurde noch angehittet. Umgeschlagen. Dann, äh... Ja, wenn du zwei Bagger hast, rammst du mit Höchstgeschwindigkeit mit deinem Bagger, meinem Bagger. Und dann baggern wir zusammen. Schwul ein bisschen, aber... Ja, ihr wisst, wir sind nicht schwul gekegelt, sogar nach uns. Aber ist nur ein Bagger, ne? Ah, ne, hier ist einer, und da oben ist auch einer, glaub ich. Okay. Dann rammst du mich wieder. Ist da oben einer? Ne, da ist keiner. Da ist nur einer. Ist da einer? Ne, da ist auch einer. Okay, geil, das ist mit einem hoch oben. Ich nehm' den. Ja, warte, ich muss den doch kurz tunen, oder nicht? Ne. Oder ne, ne, dann mach' ich nur meinen. Ja. Und ich fahr' mit dem hier. Weil ich glaub' Bagger auch Bagger war. Dann bagg er mich um mit diesem Super Truck. Ja, geht ja gut. Ich muss einfach ein bisschen mehr Tempo irgendwo herkommen. Mann, dieser Bagger ist immer viel zu langsam, ey. Mann, dieser Bagger ist immer viel zu langsam, ey. Ja, du kannst mich als Chance benutzen. Wie ist ein Auto tausendmal einfacher als mein... Ja. Ja. Er hat weniger Gewicht als mein Bagger. Das geht doch nicht. Alter. Ja, und jetzt bin ich... Ja, wie du heute umdrehst. Ja, wie ich so mega wackele. Ja, wie ich so mega wackele. Sees. Lol. Lol. Kommen wir hier nicht raus. Ey, ey, äh, hier stell' dich oben auf die... Ja drauf, klar. Wenn du da bist, kann ich richtig gut wegrammen. Auf die Chance. Ja. LoL. Die Chance hab ich sehr spät entdeckt. Ah, 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 ah. Jaaa. Nimm mal lieber ein anderes Auto. Oder wann mach ich... Nee, ich rinne mal kurz hier weg. Weil jetzt bestimmt auch irgendwie... Nimm mich auch übelst nice, 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 nice. Nein, es war mir ein Taco Truck, das sieht immer so toll aus. der brennt der wagen ja heute ja ja jetzt musst du nicht ficken so auf die seite mit diesem scheiß geblieben filmmaterial ich soll den scheiß takotrack holen alter ja ich weiß ja nicht mal alter was hat für einen scheiß ist ja es heißt ja takotrack alles in takotrack ist das nicht takotrack das ist ein einzelner takotrack da dessen da ist ein keck weg in der schweiz sagt man absolut ein vollhorst zu kriegen so jetzt los nein kannst du reichen ich kann alles ich kann alles du panda panda so jetzt warte land auf mich drauf ich kann nicht bremsen im fluchtturm noch mal noch mal war hat er beste landung ich will ja einfach alles die tüten die motorhaube ich habe alles verloren nochmals ein sandking xl ja nein jetzt musst du den sandking xl weggraben haste hasteig du bist einfach ein vollhorst zu danke perfekt wenn klappt bei dir mal was du hast einfach zu schnell eingestellt das geht einfach bei dir gar nicht ich möchte gerne auf den mount chilead ich lande auf dem hinterteil und explodiere was ist denn das für ein spiel manchmal was ist das nicht realistisch komm heran komm heran komm heran ja jetzt musst du mit 1000 stunden km diese zwei klo häuschen wegschleudern äh das ist das absolute finale wie meine frontdiffuser gerade weggeflogen ist also ramm diese häuschen weg ja genau ein paar millimetern mit mega tempo raste dort rein und zieht ein paar millimetern an an ich mache ein rädchen zum abschluss scheiße so ok ich geh jetzt scheißen seitwärts scheißen ja komm beenden wir jetzt das video warte ok jetzt ram ich ram ich ram mal dieses klo häuschen oh scheiße 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 man hat ja zwar nichts gesehen aber gut 12 zu 0 also leute ich würd sagen guckt euch meinen truck an ach diga was kannst du eigentlich du musst immer die mörder sterben am besten check geht ja online gameplay natürlich geht ja online schrott mit drago und mir also der absolute schluss der schluss warte also leute ähm also was will soll ich mich im nächsten part verklaren bitte unten in die kommentare dankeschön und du also leute daumen nach oben äh joa perfekt tschüss 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 bin aber weg ne tschüss tschüss Werb müja du wirst einfach не so wild in die luft in die luft geschleiderten pone ok tschüss 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 Yo 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 Yo